Willkommen heute zum nächsten neuen Klicker, der heißt Ibel Bouncer und ist seit ein paar Tagen auf Steam verfügbar und bringt selber mal wieder 22-jährigen Schachten mit. Es soll wohl darum gehen ein paar Kugeln hin und her springen zu lassen oder vielmehr rauf und runter, aber was genau und wie und worum werde ich mir jetzt mit euch zusammen anschauen. Also auf zu Idle Bouncer. So als erstes tut leid vorbei. Also ich soll hier draufklicken um den Ball zu fallen zu lassen. Jeder Bounce Aufschlag bringt mehr Energie und die kann ich für Upgrades verwenden um mehr Höhe zu erreichen und Größe und was auch immer noch alles dazu. Okay, also ich hoffe jetzt könnt ihr dann auch sehen, was hier bisher stattgefunden hat. Also eigentlich habe ich bisher nur den Ball ein paar mal angeklickt. Hier eben der Autoklicker funktioniert nicht, weil dann wird der Ball gar nicht losgelassen, wenn man da so einen Autoklicker aktiviert. Das heißt, das ist schon mal eine sehr interessante Strategie. Ich hatte jetzt schon ein paar Upgrades gekauft. Einmal hier, dass ich irgendwie die ganze Energie, die ich einsammle, ausgegeben habe und einmal jetzt den Amplifier und ich habe schon die ersten beiden Errungenschaften bekommen in der Hinsicht, dass ich durch das Bouncing hier schon 20% günstiger die Upgrades habe. Und auch Energy Storage ist hier schon eins aufgestiegen, sodass es um 30% günstiger geworden ist. Was auch immer da jetzt genau günstiger geworden ist. Im Moment werde ich mir erstmal ein bisschen schauen, dass ich schneller an Energie komme. Und anscheinend hier, wenn ich eine bestimmte Anzahl, was ist das? Hey, was war denn das für eine Energieblase? Auf jeden Fall, wenn ich hier genug Energie gesammelt habe, dann kriege ich, oder beziehungsweise genug Upgrades. Was sind denn das für Bubbles? Sind die jetzt hier irgendwie freigeschaltet worden? Bubble Buster. It makes a bubble go 20% faster at each achievement level. Continue popping bubbles to get this achievement. Okay, also ich muss noch drei von diesen Bubbles erwischen, dann habe ich da auch ein weiteres Achievement bekommen. Und ansonsten hier jetzt mal wahrscheinlich bei 10 bekomme ich dann den ersten, also das ist dann sich verdoppelt, die Energie, die ich mit dem ersten Ball bekomme. Okay, da ist noch ein Achievement, jetzt, okay, Energy Storage, die hat sich jetzt vergünstigt. Ich weiß noch gar nicht genau, was hier eigentlich der Wert ist, Current Multiplier, weil ist es jetzt, dass ich Energie ausgegeben habe? Weil hier weiß ich, dass es die Bounds sind, hier weiß ich jetzt, dass es die Bubbles sind. Also mal gucken, 124. Ja, das ist die ausgegebene Energie, die ich dann, ja, die für dieses Achievement zählen. So. Also das andere hier bei den Einstellungen hatte ich gerade, wo ich kurz gesagt habe, das hier ist eben Standard mit diesen Kurzzeichen. Während bei Engineering, da ändert sich zwar dann, ist dann zwar der Exponent, aber das Komma verschiebt sich mit unter und deswegen nehme ich eben Scientific, da bleibt immer eine Stelle vor dem Komma und hinten dann die Zahlen. Außerdem finde ich es eigentlich viel schöner, wenn das hier mit einem kleinen E geschrieben ist, auch wenn es mit dem Plus dann etwas mehr braucht. So, jetzt erstmal machen wir jetzt die 10 komplett und damit geht das mit dem Energiesammeln jetzt schon ganz ordentlich. Show Amplify as Value as Multiplier oder als Energy? Mal 20 plus 2 oder plus 0,8? Also Energy gefällt mir ja auch besser, genauso wie mir hier statt 100 Prozent lieber das, was so pro Sekunde dazu kommt. Weil was habe ich denn davon, wenn hier immer nur 100 Prozent steht, während hier dann tatsächlich eine Information kommt, wie viel ich da bekomme. Okay, und jetzt ist mein Energiepol übergelaufen. Das heißt, es ist an der Zeit, hier mal ein bisschen mehr Energie zu kaufen. Und hier bin ich jetzt schon auf 49 Cent. Ich glaube, das war eine Energieeinheit am Anfang. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ach, das ist... Ah, der Kern-Multiplier ist bei 0,49. Okay, dann passt das eigentlich. Gut, dann schraube ich hier gleich mal 50 Prozent rein und lasse den dann weiterlaufen. So, Name, Level, Value, Upgrade, Energy. Was ist das hier? Ah, ich habe hier noch mehr Optionen, wo ich was einkaufen kann. Mal Bounce Rate. Also nach 3,3 Sekunden ist der dann wieder ruhig liegend. Und das kann ich dann natürlich auch noch ein bisschen erhöhen. Das heißt, dann muss ich nicht so oft klicken, sondern dann bounce der öfter. So, was habe ich hier? Ah, die Nummern da hinten zeigen, wie viele Updates hier möglich sind. Ball 1, 5 plus 1. Hint, Increase Radius mal 2, Increase Energy mal 8. Okay, das will ich sehen. Das heißt, ich habe den jetzt aber nur von 5 auf 6. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich bei 12 ist es dann das 8-fache. Also es ist irgendwie dann, naja, irgendeine Rechnung halt. So, und dann das Gewicht. Ah ja, beziehungsweise jetzt die Höhe. Das heißt, da kann ich dann auch gleich mal, dass der Ball aus einer größeren Höhe fallen gelassen werden kann und so natürlich dann auch länger. Mal gucken, 6,8 Sekunden soll der, ach da ist eine Bubble, 6,8 Sekunden soll der aktuell fallen. Mal gucken, ob sich das hier auch, zumindest auf 6,9, also es hat natürlich dann auch einen Einfluss, sollte es auch, dass sich hier dann die Zeiten entsprechend verlängern. Sehr schön. Ist eine recht einfache Grafik, aber es hat einen schönen, stylischen, klaren Ansicht, vor allen Dingen, wenn man mit so vielen Zahlen, es hat so einen wissenschaftlichen Touch irgendwie. Also zumindest stelle ich es mir so vor, in einem schönen, sauberen Labor einfach nur mit Zahlen zu hantieren und einfachen, ja, die Dinge schwarz auf weiß vor sich zu haben. So läuft es ja ja aktuell. Also, ja, ich muss mehr Energie ausgeben, 50% reinhauen, damit ich den da ein bisschen hoch bekomme. Im Moment kann ich 603 speichern, da kann ich doch hier mal versuchen. So, wenn ich ihn von ganz oben fallen lasse, dann kriege ich jeweils, aber ich darf halt nicht zu früh klicken, sonst kriege ich gar nichts. Buy amount min max, 10,50 max, okay. Und ich kann dann in 10er-Schritten gleich kaufen, das geht natürlich auch. Okay, also, jetzt gucke ich erstmal, was ich hier noch so alles erkunden kann. Activate 0,0 Meter Energy, das ist dann eben, das ist ja eben auch ein Progression-Game, das heißt, ich habe dann Resets, im Moment habe ich 0,0, 15 bis 20 Meter Energy, Recomment to First Meter Energy Activation. Okay, wo sehe ich denn, wie viel ich aktuell theoretisch haben könnte? Wahrscheinlich ist das das hier. Generate 1,1 hoch 15 more to start accumulating Meter Energy. Okay, also das dauert noch eine ganze Weile. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt im ersten Video trotzdem irgendwie so weit komme, um da ein paar, ja, also um zumindest einmal zu resetten, aber mal schauen. Also, der Auto Capacity Extender, Increased Capacity on Energy Overflow. Scale. Na gut, den kann man euch immer mitmachen. So, Bounce ist dann einmal, das kann man dann auch erhöhen. Density ist das Gewicht, Gravity ist die Gravitation, wie schnell es dann nach unten fällt. Bubble Probability und Bubble Initial Capacity. Ah, das sind die, ja genau, die Blase, die halt hier immer rumkauft. Und, remove Spikes above the Energy Bar. Bubble will go one second longer. Ah, okay. Achso, und wenn die da dagegen fliegt, dann geht sie kaputt. Und dann habe ich nichts. Idle Bonus Multiplier. Increase Idle Energy per Hour. Ui, Idle Mode. Idle Mode will be available when you buy Idle Bonus Multiplier, Meta Energy, blah, blah, blah. One minute before Idle Mode activation, you will see Duster under the Energy Bar. This time count on. After Idle Mode is activated, you will see with Idle Mode Timer information about your Idle Bonus. Okay. When you do any activity listing, above accept, activate Meta Energy, Idle Bonus will transfer to the main energy storage in 5 seconds. If you use activate Meta Energy, the Idle Bonus will be added to the main storage immediately before Meta Energy activated. Ah, okay. Schauen wir mal, wann das tatsächlich relevant wird. Und ich muss mehr Geld ausgeben. Sonst wird es wahrscheinlich nichts auch mit dem ersten Reset hier an der Stelle, weil von Exponent 3 bis Exponent 15 ist es noch ein weiter Weg. Ich kann ja mal hier nochmal die Höhe ein bisschen vergrößern. Und natürlich auch andere Teile. Auf jeden Fall ploppt er da schon eine ganze Weile. Achso, genau. Das heißt, er bounced jetzt 60 Mal, bis er dann zum Liegen kommt. Das ist ja lustig. Da kann ich dann einfach hier warten, bis er dann irgendwie aufhört zu fallen. Okay. Was waren die anderen noch? Idle Multipack Grautheim und Energy Generator. Improve at any cube to N hoch 4 to buy. Okay. Gut. So, Achievements. Hier bin ich jetzt 2, hier bin ich jetzt 2. Und Bubble Buster ist 1. Das heißt, sie kommen jetzt ein bisschen schneller. Und ja, gut. Get Auto Capacity Extender auf Level 5 of this Achievement. Okay, das heißt, dann gibt es ein weiteres Achievement. So, die Statistiken. Klar, Energie ausgeben ist wichtig. Sonst passiert da nichts. Achso, genau. Das Mal 2 muss ich ja schon gehabt haben. Und jetzt ist bei 30 dann der nächste. Komm, machen wir aber lieber eine 100. Sehr schön. So, jetzt ist der natürlich auch entsprechend zügig unterwegs. Kann ich auch gleich das Max ausgeben. So, also was habe ich jetzt hier noch? Total Energy Collected. Klar, Meta Energy habe ich noch nicht. Bounces. Bubbles. Ja, eine habe ich irgendwie übersehen. Beziehungsweise habe ich noch nicht darauf reagiert, dass ich die anklicken soll. Da ist die nächste. Ah, und je später ich sie anklicke, desto mehr Energie gibt es. Und das heißt, nicht so schnell wie möglich draufklicken, sondern möglichst spät, aber bevor sie da oben an diesen Zapfen kaputt geht. Also wenn ich mir nicht gerade den Rand angucke, dann sehe ich die irgendwie verkehrt rum. Weil dann sieht es aus, als wären da Berge statt Zapfen. Aber, ja, so ist das halt. Das sind so diese optischen Hin- und Her-Wandel-Bilder, die einen ganz konfus machen können, wenn man sowas länger anschaut. Also, maximal Truebem-Woofen, sowas habe ich alles noch nicht gemacht. Ich bin jetzt 17 Minuten im Spiel. Maximal Days Played in a row. Ah, ja. Days Played in a row so far überhaupt. Hm, das ist die Frage. Wenn ich also 24 Stunden das Spiel nicht öffne, dann wird wahrscheinlich der Zähler unterbrochen. Energy mal 1, Gravity mal 1, Bounce mal 1 und Idle Bonus Multiplier 0 pro Stunde und 1 Stunde Grow Time für den Idle Multiplier. Na gut. So, was gibt es an Events? Nix. Also, mal gucken, das ist so spät wie möglich. Okay, zack, ich sollte vielleicht mal wieder das Kohle ausgeben, sonst bringt das Ganze ja nix. Und dann machen wir mal hier das Ganze Ding weiter höher. Da kann ich ja jetzt auch mal 10, äh, 10 geht nicht, ist zu teuer. Wieso waren der jetzt so wenig? Da waren jetzt nur 48 Stunden, oder? Okay, inzwischen ist das teuer genug, dass das dann nicht so schnell gekauft werden kann. So, da kann ich noch nicht mal genug Energie speichern, um den Ballradius zu vergrößern. Also, da kann ich nicht allzu oft kaufen. So, hier kann ich jetzt gleich mal mit größeren Sprünnen arbeiten. Und dann hat der eine Minute ohne mich zu tun. So, gleich mal Maximum kaufen. So, dann kann ich jetzt hier zumindest den Ballradius vergrößern. Zumindest, wenn ich dann tatsächlich mal bis dahin aufgeladen habe. So, wenn ich immer genau einmal pro Sekunde oder so klicke, je nachdem, wie lange er jetzt eigentlich fällt. Also, das ist ja die Gesamt-Bounce-Rate, bis er alle 120 Bounce erledigt hat. Die Frage ist, wie lange er jetzt eigentlich braucht, um einmal runterzufallen. Wobei, das kann ich mir ja auch fast ausrechnen. Das heißt, es ist ein bisschen weniger als eine halbe Sekunde. Weil sonst würde er ja nicht 120 in einer Minute schaffen. Logisch. So, was ist hier passiert? Energy Storage ist auf 30% runter. Und jetzt habe ich noch einen Multiplier von 0,343. Ja. Und das macht schon einiges aus. Also, es gibt keine Events. Die Option habe ich mir ja schon angeschaut. Fullscreen kann ich mal noch umschalten. Ändert das irgendwas? Das sieht auf jeden Fall noch ein bisschen netter aus, dass der Balken oben verschwindet. Auch wenn ihr den in der Aufnahme ohnehin so nicht gesehen habt. So, Show Energy Value on Every Bounce. Naja, das müsst ihr auch nicht unbedingt. Aber es sieht so noch ganz lustig aus. Color Upgrade. Mal schauen, was das bedeutet. Show Number of Available Upgrades in Tab. Okay, das sind die grauen Showability Effects. Theme Default. Ah ja, hier kann man sich das Ganze noch ein bisschen... Okay, 3D ist ein bisschen mehr stärker. Uiuiuiui. So, Nacht und Aqua. Ne. Da werde ich bei dem 3D zumindest bleiben. Das sieht zumindest noch ein bisschen schöner aus, als das nur Weiß. Hängt die Bubble davon ab, in welcher Fallhöhe sich mein Ball gerade befindet. Weil jetzt war er schon ziemlich weit unten und hat entsprechend wenig generiert. By Amount Step Position. Left or Right. I. Gehört das auch zu dem 3D? Ach ne, das ist das Color Zeug. Okay, schnell das Color Zeug wieder ausmachen. Wo war das? Color Upgrades. Ja. Ne, das sieht nicht so schön aus. So. Okay, da kann ich meine Daten speichern und das Game Hard resetten. Und ansonsten Version 1.3.1.1 aktuell. Achso, das wollte ich nicht ändern. Also, was sagt der Shop und vor allen Dingen, wie teuer sind die Dinger? Also von 6 Achievements, oder beziehungsweise 6 Achievements, die ich bisher erreicht habe. Stufe 0.1.2. Auf jeden Fall habe ich dafür schon die entsprechenden, ja, Woobies bekommen. So, mal gucken, was sie denn da so anzeigen. Ja, geht natürlich gleich wieder zu. Also, 3,90 für das Special Dingsbums, ansonsten 4,90 für 100 und 100 für 3,000. Und für Eidle Players noch was special. Okay, also auch so klassische Preise. Ich weiß nicht, wie oft die solche 100er-Pakete verkaufen, aber es wird halt auch da Kunden geben. Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht in dem Umfang anbieten. Und sei es auch nur, dass andere Pakete dann öfter gekauft werden, weil man da dann irgendwie andere Boni hat oder so. So, aber was habe ich dann hier, was kann ich hier kaufen? Also, Meta-Energy Converter. You should have an inactive Meta-Energy to use Meta-Energy Converter. Okay, das ist einmal sozusagen ohne Reset zum Über-, also ohne Reset dann die Meta-Energy freizubekommen. Dann Quick Upgrade für die Energy Converter. Und du Upgrade, du kannst kein Afford. Also alles, was ich eigentlich manuell machen kann. Inactive Energy Stories gab es hier bei 10. Entfilled it with Energy. Wozu? Und das kann ich ja einfach so erreichen. Okay, das hier sind dann dauerhafte Boni, die man aber mehrfach kaufen kann. Also dann der Bounce 500. Der kostet dann im Vergleich, würde ich bloß 300 bekommen. Das heißt, ich muss auf den 500er sparen, wenn ich das sinnvoll ausgeben will. Aber mal sehen, was ich überhaupt einnehmen kann. Also ich muss echt mal nochmal ausprobieren dann, wie schnell oder langsam die Bubble steigt, je nachdem, wo der Ball ist. Also ich kann ihn auch einfach hier unten hopfen lassen. Oder ich kann ihn von oben hopsen lassen. Das heißt, dann dauert es zwar länger, die Energie zu bekommen, aber jetzig ist das echt die Frage. Weil er Bounce dann genauso oft macht ja die 120 Bounces. Also ich denke, vom Energiewert wird es insgesamt keinen so großen Unterschied machen. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal zu untersuchen. Weil da oben steht ja, dass ich 1,8 Fallen pro Sekunde mache. Und klar, wenn ich von oben mache, sind es jetzt 5,5, 5,7. Und wenn ich es von da unten laufen lasse, sind es auf jeden Fall weniger. Also ich hoffe mal, dass der Wert was taugt. Und dass es halt dann tatsächlich, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert, von oben irgendwie sinnvoller ist, dort zu agieren. Sonst wird es sich ja auch nicht lohnen, die Fallhöhe zu erhöhen, wenn ich sowieso dann irgendwie mehr oder weniger das Gleiche bekomme. Oder sogar mehr bekomme, wenn ich ihn unten fallen lasse. So, jetzt ist der Ball wieder schwerer geworden. Beziehungsweise ich habe den Ballradius vergrößert. Hier kann ich die Bounce-Rat weiter erhöhen. Also ich habe jetzt schon Energie-Storage von hoch 5. So, dann gucke ich jetzt hier mal noch weiter, was sie jetzt eigentlich... Also die Bounce, dann die Gravity kann ich noch erhöhen. Da ist dann auch 50%. Ist natürlich die Frage, wie viel das im Vergleich dazu ausmacht, dass sich das lohnt, auf 90 zu sparen. Energy-Multiplier dann gleich 300. 500% mehr Energy. Also da bin ich mal gespannt, ob die nur über... Über diese Rubies, also ob nur über die Achievement die Rubies gewonnen werden kann, oder ob es dann noch eine andere Quelle gibt, womit ich an diese Rubine rankomme. Also außer natürlich zu bezahlen. Weil es ist ja ein Free-to-Play und mal sehen, was alles gemacht werden kann, ohne dass man tatsächlich Geld ausgeben muss. Ich should have idle bonus multiplier greater than zero. Achso, klar. Das heißt, solange ich den natürlich nicht eben größer als 0 habe, bringt ein Idle-Time-Bonus von 100% nichts, weil das Doppelte von 0 ist halt oder 100% mehr als von 0 ist halt immer noch 0. Das macht dann gar nichts. Und das sind dann eben... Und Time-Travel. Okay, eine Stunde. Also wenn, sind vor allem die Multiplikatoren interessant und auf die lohnt es sich dann, längere Zeit zu sparen. Also hoffe ich jedenfalls, dass es sich lohnt. Und das heißt, das erste wäre dann bei 60. Weil das ist ja nur bis zu einem Reset interessant und danach verschwindet es ja eh wieder, weil sich das Ganze dann auflöst und der Capacity und Energy dann wieder von vorne anfängt. Also das sind die permanenten Gravity, Bounce, Energy und dann noch die Idle-Sachen und ein Energy-Generator. Und da sind nur 35 möglich. Also geht da jetzt mehr? Schwer zu sagen. Also das nächste Achievement. Bubble Buster. Super Bouncer. Aber das ist ja nicht Energie, sondern ist ja nur... Also wenn ich da schnell los will, dann kann ich natürlich das da machen. Weil dann kriege ich natürlich schneller die Bounces zusammen. Also für die Achievements ist das da unten ganz interessant, wenn ich eh nicht so sehr darauf angewiesen bin, tatsächlich viel Energie zu sammeln. Aber so, wenn ich mich jetzt hier mal wieder um die verschiedenen Teile kümmere, dann... Okay, hoch 5 passt das überhaupt rein? Nee, das passt gar nicht rein. So. Hier dann gleich mal wieder die nächsten Zehner. Hier kann ich... Ah. Bleibt er bei jedem individuell eingestellt. Das ist ja cool. Aber das ist natürlich auch ganz praktisch, weil klar, hier ist es sinnvoller mit einem, während ich hier natürlich schon deutlich höhere Faktoren haben kann. Aber ich sollte hier mal ein bisschen meine Kugel noch aufmotzen und den nächsten Multiplier aktivieren. Ah, da kann ich jetzt die erste Cube kaufen. Das heißt, jetzt habe ich den zweiten Ball, den ich dann mitspringen lassen kann. Der aber... Der aber... Ah, der muss... Oh, jeder Ball muss entsprechend getrennt aufgelevelt werden. Aber der will ordentlich... Also die Upgrades sind ziemlich teuer. Das heißt, da kann ich noch nicht allzu viel mithalten. Und dafür läuft der natürlich auch ziemlich schnell runter. Das heißt, erstmal den anderen weiter nach oben bringen. Weil wie viel bringt er jetzt? 1 hoch 5. Also er bringt eigentlich... Oh. Oh, da hätte ich fast die Blase verpasst. An sich bringt er immer noch mehr als der andere. Okay, jetzt hat er ihn überholt. Ah ja, genau. Hier kann ich natürlich... Dann muss ich wieder auf 1 umschalten, damit ich den abgelden kann. Okay, dann stelle ich die jetzt hier immer mal auf Max um. Und kaufe eigentlich nur einen. Also der ist auf jeden Fall deutlich weniger gestiegen als vorhin. Weil vorhin hat er schon 1,1 hoch 6. Also auf jeden Fall verändert sich die Ball... Also die Energiegehalt der Blasen. So, hier auch auf Max. Max, Max, Max und überall 1. Okay, da mir hier angezeigt wird, dass ich hier was kaufen kann... muss ich dann gar nicht warten, bis ich da irgendwas kaufen kann, sondern kann dann tatsächlich vorbeikommen, wenn es geht. Und dann kann ich noch... Das heißt, wenn ich sage, ich will erst vorbeikommen, wenn wenigstens 10 gekauft werden können, dann wird es so angezeigt. Hier ist natürlich mit 1 sinnvoll. Hier lassen wir es dann mal auf 10. Und hier machen wir es auch auf 10. wobei das ziemlich lange dauert, aber halt auch nicht allzu viel ändert. Gut, dann hier kann ich im Moment wenig wahrscheinlich zu beitragen, wirklich viel zu beschleunigen. Wobei ich könnte den da unten jetzt unten rumpoppen lassen, damit der diesen Superbouncer bekommt und mit dem anderen letztlich die Energie reinholen. Weil der andere holt ja eh nicht so viel Energie rein. Mal gucken, wenn ich diese beide von oben laufen lasse, habe ich 3,5 hoch 5. Und wenn ich den hier unten laufen lasse... Hier unten habe ich ja auch die Energie pro Sekunde. Und wie viel sie jeweils beitragen. Das bringt mir halt relativ wenig Energie ein dann, wenn der da unten rum springt. Aber schauen wir mal, wie schnell dann dieser Multiplier halt hochgeht. So, das kleinste, so 1 Pixel Sprunghöhe, damit er dann möglichst viele Klicks bekommt. Also möglichst viele Bounces macht. Ja, ein recht minimalistischer Klicker und ganz lustig, was so dieses Gravity-Thema angeht. Ist ja die Frage, ob sich die Leute dann tatsächlich irgendwie bereit sind, damit tiefer zu beschäftigen. Also entweder ist das Ding komplett random, weil die andere Kugel stand ja jetzt eigentlich schon, während der Ball gekommen ist. Also die Blase. Wobei, nee, es war 1 hoch 5 und vorhin hatte ich 1 hoch 6 an einer Stelle. Okay, also hier wieder ein bisschen nachlegen. Okay, jetzt war ich zu spät. Jetzt habe ich sie nicht mehr erwischt. Kann ich natürlich auch unterschiedliche Strategien fahren. Das heißt, die eine Tube so klein wie möglich lassen. Dafür aber die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Bounces natürlich hoch bringen. Während die andere dann möglichst lang und dann natürlich mit dem hohen Energie. Okay, jetzt habe ich gleich die Dings schon angeklickt. Damit ist der nächste Achievement erfüllt. Ah, nur auf plus 4 hängt diese Bubble, es wird ja immer weniger. Hängt die Bubble, fangen wir eine Kugel ab. Okay, dann lasse ich die jetzt mal wieder von oben fallen und mal gucken, ob dann tatsächlich die nächste Bubble wieder deutlich höher wird und nicht nur Exponent 4 hat. Wenn sie auch wieder so niedrig sein sollte, dann gibt es wohl gar keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den beiden Größen. Ja, da ist es sinnvoll jetzt tatsächlich auf den 10er Step zu gehen und dann immer zu kaufen, wenn die 10... Oh! Das war jetzt ein ziemlicher Sprung, dass hier mein Energieniveau oder Energiereservat unglaublich schnell wieder aufgefüllt wurde. Aber reicht es überhaupt? Okay, also für den reicht es auf jeden Fall. Allerdings 1,18 hoch 9 ist also relativ knapp. Okay, also es hat anscheinend mit den Wellen zu tun. Jetzt war das wieder ein deutlich größerer Wert, was in der Blase zu bekommen war. So, dann machen wir dich jetzt mal auf einen glatten Wert. Und dann mal sehen, wo die 10er landen. Wo erstmal wieder Energiereservat auffüllen, beziehungsweise Energiereservat vergrößern, nicht auffüllen. So, mal schauen, also mit hoch 8, also kurz vor hoch 9, sollte ich aufhören, weil da geht es dann darum, das heißt, das ist jetzt ein 10er Potenzknopf darunter. Das sollte ich hier dann genauso halten, beziehungsweise eigentlich, wenn es hier möglich ist, upgraden. Und hier ist dann auch erstmal das Ganze anpassen und dann exakte 10er kaufen. So, es fehlen nur noch 6 10er Potenzen, um den Meter Reset zu erreichen. Achso, okay, ab 11 kann ich den nächsten Ball, oder den nächsten Tube kaufen. Das ist also auch noch eine ganze Weile hin. So, die Kapazität sollte auf jeden Fall deutlich größer sein, als das, was ich hier für das nächste Upgrade brauche. Und dann kann ich ja hier mal ein bisschen einkaufen. Kann ich die ja jetzt auf den neuen bringen. So, ich nähere mich jetzt schnell der dritten Cube an. Die Hälfte habe ich jetzt schon. Und gleich kann ich die dritte Cube kaufen, die dritte Röhre. Und 6 hoch 9. Hat aber deutlich höhere Energiekosten. Ja, aber ich sollte ihn natürlich auch laufen lassen. Auch wenn die jetzt am Anfang natürlich gar nicht so viel bringt. Weil der grüne Ball ja auch in der gleichen, also beziehungsweise beide Bälle gar nicht so weit entfernt sind. Okay, jetzt merke ich langsam, dass es irgendwie monoton wird. Also beziehungsweise, dass halt der Reiz des neuen langsam verfliegt und eine Gewöhnung eintritt. So, wie sieht es denn mit den Achievements aus? Super Bounce 3, Energy Storage 4, Bubble Buster 3. Gibt es noch irgendwann neue? Naja, Get Auto Capacity Extender und Level 5 auf dieses Achievement. So, das heißt, da muss ich jetzt noch 1 hoch 16 ausgeben. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall dann oberhalb von dieser Reset-Schwelle. Und ja, ist ja eh die Frage, wann ich überhaupt mit der Meta-Energie resette. Weil mal sehen, wie schnell die tatsächlich anwächst, wann ich 15 bis 20 da zusammen bekomme. Ah, hier steht sogar, ja, hätte ich mal gleich lesen können, dann hätte ich wussten. Bouncing, Spending Energy und Bobbing Bubbles. Steht alles da, man muss es halt nur lesen. Ja, wenn der Ball zu groß wird, dann bleibt er nachher irgendwann in der Röhre stecken. Also mal gucken, was dann passiert. Ach ne, hier steht ja maximal 15, das heißt, dann kann er nie so breit oder zu breit werden, wenn die anderen dann eine deutlich größere Breite erreichen können. So, jetzt müsste ich ja langsam... Ah ja, da oben beginnt der Zähler, also der Zähler beginnt oder läuft da oben im Button. Und deswegen habe ich da natürlich jetzt 0. Also es wird aber noch eine Weile dauern. Aber ich denke, mit den nächsten 10er-Exponenten wird es dann schon deutlich zügiger werden, dass ich tatsächlich auch die Meta-Energie schneller generiere. Außer die hat natürlich dann auch wieder so eine Skalierung, dass je weiter die ansteigt, je umso langsamer ansteigt, logischerweise. Also mal schauen, wie stark das dann genau ist. Hier unten ist ja zumindest nicht mehr angezeigt, ab wann die zu laufen beginnt. Das wird wahrscheinlich dann nach einem Reset wieder stehen und dass es dann bestimmt höher als 1.15 ist, sondern dass die nächste Meta-Energie erst später gewonnen werden kann. Okay, bei 21 bekomme ich erst den nächsten Ball, das heißt, das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Und gucken, ob ich das überhaupt bekomme vor dem nächsten Reset. Zumindest habe ich jetzt inzwischen ein Meta-Energie zusammen. Aber empfohlen ist 15 bis 20. Ja, auf jeden Fall scheint sich das Meta-Energie-Wachstum entsprechend eher zu verlangsamen, obwohl ich ja schon deutlich wieder zugelegt habe. Das heißt, das wird entsprechend dann immer weiter beschränkt werden. Da habe ich sie nicht mehr erwischt. Oder bekomme ich den... Ne, ich bekomme noch die Blase nicht gutgeschrieben, wenn sie zerplatzt. Also wenn sie nicht ohne meine Aktivität zerplatzt. Ach, ich kann einfach oberhalb von dem Ding klicken, dann gut zu wissen, dass der dann auf der Maximalhöhe fällt. Dann muss ich gar nicht versuchen, möglichst weit oben reinzukommen, sondern kann einfach darüber gehen. Ja, als ich das Spiegel bei Steam zunächst gesehen habe, habe ich eher so gedacht, hm, das dachte Grafik sieht so ähnlich aus wie der Loading-Screen-Simulator. Aber insgesamt ist die GUI hier doch um einiges attraktiver und angenehmer anzuschauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob tatsächlich hier schon der Auto Capacity Extender aktiv ist. Oder ob ich den letztlich erst hier freischalten muss. Ja, also er erweitert sich nach und nach selber, aber halt natürlich entsprechend langsam. Also normalerweise vergrößert er sich um 10% und mit jedem Meta-Energy kriege ich dann 1% dazu. Das heißt, es ist dann die Frage, was ich mir erst mal am Anfang kaufe. Also ein zusätzlicher Bounce lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Also es ist am Anfang vielleicht ganz nett, aber wenn ich mir anschaue, welche Bounce-Zahlen ich aktuell erreiche, da bringt so ein einzelner Übung eigentlich ziemlich wenig. Von Anfang an das ist die Density, nochmal Energie mal 2 und dann die Gravity. Das wäre natürlich schon ein sehr viel spannender Effekt. Das heißt dann mal 2. Aber hier steigt es nur um 10%. Das heißt, es wäre dann 1,1. Ja, so langsam verliert der erste Amplifier, der erste Ball seinen Anschluss, weil es lohnt sich kaum noch den abzugräten, wenn der so deutlich hinter den anderen beiden liegt. Der ist jetzt schon 2 10er Potenzen zurück und schafft danach auch nur den Anschluss jetzt eben gerade mal ein Viertel von dem, beziehungsweise noch weniger als ein Viertel von dem zu schaffen. Das ist wahrscheinlich dann praktischer tatsächlich den Ball. Also das lohnt sich an sich auch kaum zu dem aktuellen Zeitpunkt, weil natürlich die Anzahl der Bounces, der nimmt dann zwar nicht so schnell ab und die Energie bleibt relativ hoch. Aber es ändert sich ja eh hier über viele Sprünge hinweg fast gar nichts. Das heißt, auch das muss man nicht allzu schnell anheben. Interessanter sind dann tatsächlich hier natürlich die Ball-Size-Radien. Allerdings dann auch besser den abzugräten, weil das natürlich im Verhältnis mehr ausmacht erstmal und er dadurch deutlich mehr an Energie gewinnt. So, mal schauen wie viel ihm das jetzt bringt von 4,917 auf 6,0. Das heißt, 1 sind so 20 Prozent und wenn der Radius sich verdoppelt, steigt die Energie um das Achtfache und die hat jetzt den Radius letztlich um 0,75 erhöht. Also von 14 auf 15, bei 10 wäre es eben um 10 Prozent gewesen und so sind es halt unterhalb von 10 Prozent. So, da ist die Höhe natürlich noch nützlicher, zumindest für die unteren beiden. So, mal gucken was die niedrigste Fallhöhe ist, weil dann kann ich den einfach einsetzen, damit er mir hier für das Achievement arbeitet und die anderen beiden dafür, dass sie Energie sammeln. Dann ist das sozusagen Arbeitsteilung. Der eine Ball spezialisiert sich aufs Bouncen und der andere darauf Energie zu bekommen. Oder die anderen zwei zumindest. Ja, da hat er auf jeden Fall seine Bouncen deutlich schneller erledigt als die estimated 25 Minuten. Was ja auch logisch ist und dadurch, dass er ja nur einen Bruchteil dessen benötigt, was die Fallzeit angeht. Aber ohne den Ball scheine ich keine großen Blasen mehr zu bekommen. Das kann ja echt nicht sein. Das heißt, wenn der Ball da unten rum poppt, dann werden die Blasen irgendwie nicht allzu viel mit Energie gefüllt. Auf der anderen Seite scheinen sie aber in der Hinsicht häufiger zu kommen, dass es wahrscheinlich an einer bestimmten Anzahl von Bounces liegt, wie schnell sie kommen. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit bestimmt für jeden Bounce irgendwie existiert und je mehr Bounces kommen, desto wahrscheinlicher ist, dass sie auftauchen. Aber trotzdem ist es natürlich blöd, wenn die dann ein Hunderter weniger Energie haben. Weil ich war ja vorhin schon bei mindestens 1 hoch 19, dass die Energie geliefert haben und jetzt war es gerade mal noch 1 hoch 16. Also mal schauen, was mit der nächsten Energiegeschichte passiert. So, den werde ich jetzt vorläufig mal nicht mehr mit upleveln. Ja, jetzt habe ich sogar 1 hoch 20. Also es ist echt merkwürdig, wovon das abhängt. Aber los auf zum nächsten Ball, den ich dann hier mit anfangen kann und der auch hoch 19 liegt. Für den gilt es jetzt natürlich ziemlich erstmal die Bounces zu erhöhen, aber ja, aktuell noch nicht sehr notwendig. Also es ist wichtig, es ist tatsächlich hier diese Amplitudengeschichte auszubauen, damit ich dort deutlich mehr Energie bekomme. So, jetzt nochmal den Test wieder, dass der unten minimalst ist. Ja und so fort. Ich bekomme zwar schneller eine Bubble, aber sie ist halt in der Hinsicht deutlich geringer geladen. Das heißt, die Kapazität der Bubbles muss anscheinend mit den Pausen zusammenhängen, wie schnell sie auftauchen. Es ist jetzt die Frage, ob man schneller oder häufiger klicken möchte, um Bubbles zu erledigen oder ob man lieber seltener Bubbles haben möchte und dafür aber mit mehr Energie geladen. Ach, jetzt hat sich das so stark vergrößert, dass ich da doch jetzt wieder die 20er bekomme. Wie das denn? So, und jetzt nochmal schauen, wenn der Ball tatsächlich stillgelegt ist, ob ich dann deutlich noch über die 22 hinauskomme, die ich gerade eben mit dem Bubble bekommen habe. Ja, da war jetzt schon unten 1 hoch 23. Also es ist sinnvoll, eventuell dann zu einem früheren Zeitpunkt die Amplifier, die nicht mehr nachkommen, frühzeitig zu stoppen, damit man mit den anderen dann deutlich mehr Energie kassieren kann. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt den Grünen auch stoppen, weil ich mit dem auch nicht mehr so weit hinterher komme. Also, Stopp. Und dann mal gucken, was die nächste Kugel sagt. 1 zu 23, 1 zu 24. Ja, das geht dann ganz ordentlich schon. So, jetzt zählen wir noch vier Punkte, damit ich dann die beiden, einmal das Density und einmal das Remove Spikes benutzen kann. Ich bin ja mal gespannt, ob die dann irgendwie einen Moment da oben an der Decke hängen und ich die dann anklicken kann. Oder wie das dann genau stattfindet. Was für eine Kugel. Ja, die Kugel hat deutlich weniger Energie, wenn ich den anderen Ball noch mitlaufen lasse. Also es ist wirklich sinnvoller, dann sich auf die starken Bälle zu beschränken, um da recht zügig noch vorwärts zu kommen, soweit man natürlich aktiv spielt. So, jetzt fehlen mir noch zwei Meter Energie. Hat ich jetzt gerade irgendeinen Multiplikator verpasst? Gibt es irgendwie einen 10-fach Multiplikator bei den 100er Stellen? Oh, ein 20er! Aha, deswegen. Das heißt, da haben sie dann auch Gelegenheit wieder anzuschließen. Deswegen waren auch zwischendrin manche von diesen Sprüngen so groß. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da ein anderer Multiplikator stand. Ah ja, bei 50 gibt es auch einen anderen Multiplikator. Dann sollte ich jetzt meine 14 ja gleich voll haben und dann mache ich den ersten Reset. und kann jetzt auch dann die Folge abschließen. Also einmal den Meter Reset. Ähm Are you sure to sell all your tubes, balls, reset all energy upgrades und aktiviert 14,05 inaktiv Meta-Energy? Yes. So, dann gib mir doch bitte einmal die Density. Oh. Wenn ich die jetzt... Okay, bei hoch 27 gibt es erst wieder Meta-Energy und ich habe 14,7 und die verliere ich aber dann... Okay, jetzt muss ich jetzt noch mal kurz schauen. Ja. You can refute all Meta in shop. You can refute all Meta in shop. You can refute energy. Ach, das war das hier unten. Ah, hier gibt es sogar jetzt noch mehr Trouble. Vorher war es da nur eine Stunde. Jetzt sind auch andere freigeschaltet. Ah ja. Einen davon habe ich frei. Der war vorher noch nicht da. Okay. Aber... Hm. Das heißt, ich habe jetzt hier zwar die zweifache Energie, aber das ist natürlich dann nicht sehr hilfreich, wenn ich jetzt den... Was soll's? Idle Bonus Multiplier. Ach so. Ne, jetzt ist einfach nur der Eintrag verschwunden. Weil den konnte ich ja nur einmal kaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit der ersten Bubble passiert. Ob die dann einen Moment da oben an der Decke kleben bleibt, bevor ich sie dann klicken kann. Oder dass ich sie dann immer noch klicken kann. Und hier brauche ich jetzt natürlich dann mal ein bisschen niedrigere Upgrades. So, jetzt mache ich noch so lange bis zur ersten Bubble und dann verabschiede ich mich. Okay, da ist die erste Bubble. Und was macht sie jetzt? Ah, sie schwebt einfach hinweg. Also ich muss sie trotzdem noch erwischen, bevor sie den Bildschirmrand erreicht. Sonst ist sie verloren. Aber auf jeden Fall geht sie sozusagen eine kugelgroße weiter und ich kann einfach draufklicken, sobald sie da oben am Bildschirmrand auftaucht. Also soweit der erste Durchlauf von Idle Bouncer. Und ja, ein weiterer Klicker bei Steam. Und viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.